Was ist die Verluste der Verluste? Was ist die Verluste der Verluste, die wir geschrieben haben, ist bei uns kein Mitarbeiter entlassen worden. Jetzt haben wir die Chance auf eine schwarze Null. Diese Chance dürfen wir nicht gefährden, auch im Sinne unserer Mitarbeiter. Die jetzige Forderung ist für ein mittelständisches Unternehmen auf keinen Fall abbildbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017